Ich schreibe jetzt meine Bachelorarbeit und danach wie ich nach Südamerika und reise irgendwie nochmal weg von ja nach Kolumbien, Chile, Venezuela vielleicht, vielleicht nach Zentralamerika und auch nochmal gucken. Wie nur im Projekt arbeiten, drei, vier Monate. Am liebsten war es in meinem Bereich, also Bauingenieurwesen, aber ich glaube es wird ziemlich schwer, weil ich kein Spanisch kann, noch nicht. Ich lerne gerade Spanisch. Hola, me llamo Yanis, soy de Berlin und das ist so ungefähr schon fast alles.